Heute in der Folge. Ich bin der sogenannte durstigste Mann Deutschlands und trinke so 20 Liter Wasser am Tag ohne medikamentose Behandlung. Sonst sind es im Moment so sieben. Ein Zustand, der so bleiben wird. Ich bin mit Diabetes und Sokhetus Renatus geboren, auf die Welt gekommen. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen genetischen Defekt, der einfach dann angeboren ist. Und der hat zur Folge, dass Menschen eben mit diesem genetischen Defekt mehr Wasser benötigen als andere. Man muss irgendwo aufhören zu glauben, dass man das irgendwie wegbeten oder wegmedikamentieren kann oder so etwas. Das ist so, wie es ist und man muss halt irgendeinen Umgang damit finden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du hast es gerade schon in den Teasing-O-Ton gehört. 20 Liter Wasser, wenn keine Medikamente im Spiel sind, muss mein heutiger Gast zu sich nehmen am Tag. Was es damit auf sich hat, das hat natürlich einen ernsten Hintergrund und darüber wollen wir heute ein bisschen aufklären, weil es im Schnitt so ein von 250.000 Menschen betrifft, also eher etwas sehr Seltenes ist, aber trotzdem diese Personen vor immense Herausforderungen im Alltag stellt. Und darüber wollen wir heute sprechen und wie gesagt ein bisschen Prävention und Aufklärungsarbeit leisten, weil dieses Thema leider in der Öffentlichkeit immer noch nicht ausreichend thematisiert wird. Also, legen wir los mit einer neuen Podcast-Folge von Beredet Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast Ja, mein Name ist Marc Würpenhorst, ich komme aus Bielefeld, bin 39 Jahre alt und ja, in Bielefeld lebe ich. Das ist ein ganz schöner Ort zum Wohnen, deswegen bin ich dort auch zumindest von Sendestadt Orts Heimatpfleger. Ich arbeite in der Stadtentwicklung und unterrichte nebenbei an der Volkshochschule Niederländisch und Plattdeutsch. Marc und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, weil ich möchte gerne über ein Thema sprechen, was in Deutschland, wenn ich richtig recherchiert habe, so knappe 500 Leute betrifft. Bevor wir gleich thematisch ins Thema wirklich direkt einsteigen, die Frage an dich, wie viel Liter Wasser oder Flüssigkeit hast du heute schon zu dir genommen? Meinst du, ich zähle das? Also die normale Antwort wäre eigentlich alles, alles, was ich brauche. Und ich frage mich so ein bisschen, ob du einen Rollstuhlfahrer auch gefragt hättest, wie lange er schon gesessen hat heute. Das heißt also, ich bin der sogenannte durstigste Mann Deutschlands und trinke so 20 Liter Wasser am Tag ohne medikamentose Behandlung. Sonst sind es im Moment so sieben. Und ja, wenn du jetzt auf die Uhr guckst, kannst du dir den Rest selbstständig nachrechnen. Das werden schon einige Liter heute gewesen sein. Ich frage deswegen, weil das heute unser Themenschwerpunkt wird. Und jetzt hilft mir, wenn ich das richtig oder falsch ausspreche, ich weiß es nicht. Nephrogene Diabetes insipidus. Ist das richtig, was ich gerade gesagt habe? Ja, das ist richtig. Und man kann auch Diabetes insipidus renalis sagen. Dann hat man es komplett auf Latein. Und da spricht es sich etwas schöner. Es ist leicht zu verwechseln mit Diabetes insipidus oder insipidus mit Diabetes mellitus, also der Zuckerkrankheit. Deswegen sage ich das nochmal. Diabetes insipidus renalis. Und renalis bedeutet von der Niere her. Das ist also eine Nierengeschichte quasi. Man kann ja sagen, die Nierenkrankheit. Ja gut, jetzt könnte ich wieder ein Fass aufmachen und sagen, was ist eine Krankheit. Eine Krankheit, könnte man ja sagen, ist vorübergehend. Bei mir ist es nicht vorübergehend. Es ist ein Zustand, der so bleiben wird. Ich bin mit Diabetes insipidus renalis geboren, auf die Welt gekommen. Und dabei handelt es sich tatsächlich um einen genetischen Defekt, der einfach dann angeboren ist. Und der hat zur Folge, dass Menschen eben mit diesem genetischen Defekt mehr Wasser benötigen als andere. Ich kann gleich nochmal erklären, warum das so ist. Ja, was war da eine Frage? Das ist schön. Das sind meine liebsten Gäste, die einfach von sich auch schon so viel erzählen. Da freue ich gar nicht mehr, viel zu machen. Wie hat das denn angefangen? Du sagst, es ist ja eine genetische Krankheit. Das heißt, du hast es von Geburt an. Wann hat man denn mitbekommen, dass du dieses Problem hast? Da habe ich relativ viel Glück gehabt. Und zwar bin ich in Bielefeld geboren. Und bei meiner Geburt war das so, dass es massive Komplikationen gegeben hat. Also meine Mutter hatte sehr hohes Fieber. Ich bin an der Kaiserschnittgeburt. Und selber bin ich halt mit Fieber und Fieberkrämpfen so zur Welt gekommen. Und da haben die Leute gemerkt, da ist etwas nicht in Ordnung. An der Stelle hatte ich quasi als Neugeborenes die Verdurstungserscheinung, die andere Neugeborene nach einem Tag in der Wüste haben. Ich bin also quasi als durstiges Kind zur Welt gekommen. Und ich hatte sehr viel Glück, dass ein Arzt, Dr. Müller heißt der, der damals relativ jung war, gerade aus dem Studium kam und sich im Studium tatsächlich damit beschäftigt hat. Also der wusste das, was das wohl sein konnte und hat das sofort erkannt. Und dachte, das wird es wohl sein. Und dann hat man das groß abgeklärt und versucht und so. Und dabei ist das rausgekommen. Also meine Familie kommt ja aus Ostfriesland. Und ich bin in Bielefeld geboren. Und an der Stelle war das eine gute Sache, weil wir extrem gute Krankenhäuser haben. Also ich kann mal Johannes Krankenhaus nennen. Oder Bethel ist auch ein Begriff für Krankenhäuser, die also über Bielefeld hinaus strahlen im Prinzip. Und in diesem Kontext sozusagen hatte ich medizinische Versorgung, was dann eben mein Glück gewesen ist an der Stelle. Weil wir von dem Gen defekt ersprechen, ist ja die Frage, das heißt, es ist quasi auch vererbbar. Ja, das ist vererbbar. Und das wird dann halt innerhalb einer Familie wird das dann übertragen. Es gibt manchmal Mutationen, die dann, also es gibt so verschiedene Klassen. Aber in der Regel ist es so, dass in Familien das ganze Häuft vorkommt. Das heißt also, wenn Sie einen Sohn haben, der dann diese Krankheit hat, haben Sie meistens auch noch irgendwo einen Onkel rumlaufen, der auch das schon gehabt hat oder so etwas. Und lange Zeit hat man sich in Anlehnung quasi an diese dämliche Vererbungslehre, die man so aus der Schule kennt, mit diesen, wie heißen die auch noch, mit diesen Bohnen, wo man da so Sachen kreuzen musste und so. War das nicht Darwin? Nee, was war das denn? Ja, irgendwie so, ne? Und da hieß es immer sozusagen, dass Frauen diejenigen sind, die es vererben. Und bei Männern kommt es sozusagen voll zum Ausbruch. So, mittlerweile weiß ich, dass dieses Bild so nicht funktioniert. Also es gibt immer davon Abweichungen und es gibt auch genug Frauen, die diese Krankheit haben, die sie weiter vererben. Also kann man sagen, die Regel, die im Moment so aktuell ist, ist, wenn Sie ein Mann sind und eine Tochter zeugen, könnte diese Tochter das haben, aber der Sohn nicht so. Und wenn Sie eine Frau sind, könnte die Tochter und der Sohn das haben, davon aber der Sohn in voller Höhe und die Tochter nur zur Hälfte. Also das hängt davon ab, welchen Teil des X- und Y-Chromosoms ich vererbe. Das heißt, wer hat es denn aus deiner Familie schon gehabt? Ja, also in meiner Familie ist es halt häufiger vorgekommen, sozusagen, dass Leute das eben hatten. Ich sage an dieser Stelle bewusst keine Namen, weil ich, das ist so eine Sache. Also wir leben ja im Moment in so einer Zeit, wo man relativ viel Daten generiert aus Facebook und Gruppen und so. Das finde ich richtig gut. Ich habe dadurch ja auch Leute kennengelernt. Andererseits möchte ich an der Stelle so ein bisschen darauf achten, dass sich die Leute, die jetzt in der Berufstätigkeit sind, dass ich die nicht namentlich benenne. Ich sage nicht, Person X und Y hat diese Krankheit. Aber es gibt das Gehäufte in meiner Familie. Das ist richtig. Wir brauchen auch gar nicht den Gehäuften Namen. Ich will dir nur sagen, warum ich das gefragt habe. Weil wenn das ja schon bekannt ist, dass das vererbbar ist, dann wird ja wahrscheinlich deine Mutter oder dein Vater damals, als du auf die Welt gekommen bist, doch höchstwahrscheinlich zum Arzt gesagt haben, testen Sie mal, gucken Sie mal. Da gibt es Probleme doch in der Familie. Und das wundert mich jetzt. Warum guckt man denn dann, wenn man schon weiß, dass es in der Familie drinsteckt, nicht schon direkt auf das Kind drauf, was geboren wird, ob es vielleicht diesen Gendefekt hat? Also, ich bin 1981 geboren. Meine Großeltern sind von 1927. So, und ich denke, das erklärt es eigentlich. Also, meine Großmutter ist 1927 geboren. Das heißt also, ihre komplette Sozialisation, ihre komplette Schulzeit ist in das NS-Regime gefallen. Ihre Urgroßeltern waren sozusagen dann vielleicht zu der Zeit 40 oder so etwas. Es gab Zeiten in Deutschland, da hat man über genetische Krankheiten aus gutem Grund nicht gesprochen. Ich will für die Zuhörer, die geschichtlich nicht so bewandert sind, das einmal nennen. Früher hat man Menschen mit genetischen Defekten aussortiert. Und aussortiert heißt, dass man sie entweder zwangssterilisiert oder ermordet hat. Eine Sache. Gleichzeitig hat man natürlich solche Sachen immer ein bisschen verschwiegen, wenn man zum Beispiel auch in der Zeit beruflich vorankommen wollte. Und das ist heute noch so ein bisschen geblieben. Das heißt also, wenn sie einen seltenen genetischen Defekt haben und sie bewerben sich auf das Amt des Bürgermeisters, ist es nicht das, was man als erstes erzählen würde. So ein bisschen. Das heißt also, Familien tendieren dahin, das eher für sich so geheim zu halten. Gleichzeitig gab es, dadurch, dass es so unbekannt und so wenig gab, gab es bis vor vier, fünf Jahren im Internet nichts. Und gerade so, als ich jetzt ein Jugendlicher war, da gab es ja noch gar kein Internet. Also in den 90er Jahren, wo hätte ich dann Informationen herbekommen sollen? Wie hätte ich mich austauschen können zu der Zeit? Es gab Unterlagen, die kamen aus Amerika. Aber 1994 konnte von uns niemand ausreichend Englisch, um Unterlagen aus Amerika zu verstehen, die irgendein Professor mal 1970 geschrieben hat. Das heißt, der Informationsfluss war viel geringer. Die Leute konnten sich nicht austauschen, vergleichen. Zufällig traf man sich nicht, sondern man wusste, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt ist es so, man hatte ja gesagt, meine Familie kommt aus Ostfriesland. Da waren die Leute auf dem Land. Die haben auch immer so eine Mentalität gehabt von wegen, das nützt ja nichts. Was nützt es dir denn? Du musst ja aufstehen, du musst arbeiten, du musst machen, du musst auf dem Feld arbeiten. Und mir hat eine Verwandte gesagt, dass sie sozusagen diejenige war, die als Mädchen dann in großen Milchkannen die Leute auf dem Feld mit Wasser versorgt hat. Das heißt, sie hatte zwei große Milchkannen und hat für diejenigen, die dann etwas mehr Durst hatten, hat sie dann Wasser gebracht. Und da gab es den einen oder anderen, der trank eine halbe Milchkanne und da gab es den einen oder anderen, der trank eine volle Milchkanne. Und wenn viele Leute in einer Familie etwas Merkwürdiges haben, dann gewöhnen die Leute sich auch sehr schnell dran. Dann ist das da eben so. Es gibt ja auch Familien, wo viele Leute sind dann Linkshänder oder haben rote Haare oder was auch immer. Man gewöhnt sich dran. Und ganz witzig eigentlich ist, Ostfriesland ist ein Land des Tees. Das heißt also, drei Tassen Tee sind natürlich Ostfriesen recht. Nee, das ist wirklich wahr. Also Ostfriesland ist Weltmeister im Teetrinken. Das heißt, ich hoffe, dass meine Familie da so ein bisschen zum Bein getragen hat. Aber nee, das ist selbstverständlich, dass man immer etwas angeboten bekommt. Das gehört zur ostfriesischen Kultur dazu. Das heißt, sie sind nie in der Situation, dass sie irgendwo hingehen und da steht nicht eine Kanne Tee. Und ich glaube, dass es bestimmte, so in der Recherche, die ich gemacht habe, bestimmte Faktoren gibt, die eben eine Population oder eine Gruppierung mit verschiedenen genetischen Defekten eben auch stabil halten. Dazu gehört das Klima zum Beispiel, die Verfügbarkeit von Trinkwasser oder eben so kulturelle Eigenschaften wie zum Beispiel, dass man jemandem einen Tee anbietet, wenn er vorbeikommt. Und dann trinkt man eben nicht eine Tasse, sondern die ganze Kanne. Das ist in Ostfriesland absolut üblich. So ein bisschen. Und ich denke, dass das so kleine Minifaktoren sind, die sozusagen auch die Leute am Leben halten. Und auf der anderen Seite gibt es auch genug Menschen, die daran gestorben sind, aber deren Geschichten sind unerzählt. Also über die Menschen weiß ich nicht. Jetzt hast du eben ja auch gesagt, du willst uns auch erklären, was mit dieser Krankheit oder was das mit sich bringt. Wir wollen ja so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Du hast ja eben ja auch schon gesagt, dass du 20 Liter am Tag dringst, wenn du nicht quasi irgendwie medikamentös eingestellt bist, habe ich ja richtig verstanden. Dann sind es glaube ich sieben bis acht. Das habe ich auch so ein bisschen recherchiert. Erklär uns aber mal für die, die mit dieser Krankheit sich nicht auseinandergesetzt haben, was passiert im Körper beziehungsweise warum brauchst du so viel Wasser? Also grob erklärt ist das bei Diabetes in Submitus Rinalis so, dass die Hirn-Anhanddrüse, das ist eine Drüse, die quasi im Kopf sitzt, die Hirn-Anhanddrüse produziert, ein Hormon, das ist das antidiuretische Hormon, das sogenannte ADH. Das ist ein Steuerungshormon, das sagt der Niere, wie viel Wasser wieder recycelt wird und wie viel im Körper bleibt, beziehungsweise wie viel Wasser ausgeschieden wird. So, jetzt habe ich zur Verkürzung gesagt, ich muss sehr viel trinken, aber dazu gehört natürlich auch, dass sehr viel Wasser wieder rauskommt. Und Menschen mit Diabetes in Submitus Rinalis, die haben diesen Steuerungsmechanismus nicht. Das ADH, das durch die Hirn-Anhanddrüse produziert wird, sagt der Niere zwar, wie viel Wasser wieder verwendet werden soll, aber die Niere versteht das nicht. Die sprechen zwei völlig unterschiedliche Sprachen, die Niere weiß nicht, was sie mit diesen Informationen anfangen soll. Witzigerweise ist die Niere völlig in Ordnung und das ADH ist völlig in Ordnung und die Hirn-Anhanddrüse ist völlig in Ordnung. Beides passt aber nicht zusammen, sodass ich gegen jeden Rad dieses Hormon nicht ersetzen kann. Noch kann ich mir auf dem zweiten und dritten Wege neue Nieren besorgen, wie mir häufig vorgeschlagen wird. Ich müsste sozusagen eine komplette neue Kombination einbauen. Beides zusammen, das ADH, was durch die Hirn-Anhanddrüse produziert wird und die Niere, arbeiten nicht zusammen, sodass immer Wasser ausgeschieden wird aus dem Körper. Und das sind eben bei erwachsenen Männern sind das bis zu 20 Litern am Tag. Das kommt auf ein, zwei Liter nicht an, ob das 24 Liter sind oder 25 Mal oder mal sind es auch nur 19. Dann muss ich nicht festgenagelt werden auf den einen Liter. Das ist so, als ob Sie einen Schluck mehr oder einen Schluck weniger trinken. So ein bisschen Leute mal, sind es jetzt genau 20 Liter? Was, was ich? Also eine Flasche mehr oder weniger ist völlig egal. Und dann gibt es eben ein Medikament. Das verwende ich noch nicht so lange. Das heißt, also bin ich auch erst sozusagen drauf gekommen vor, ich glaube, drei Jahren oder so etwas. Und das ist ein Diuretikum. Diuretikum sind wasserausscheidende Mittel. Und das ist etwas, wo mein Verstand dann so ein bisschen aufgehört hat, sozusagen da zu recherchieren und das zu verstehen, weil ich habe mir nie vorstellen können, dass wasserausscheidende Mittel sozusagen gut sind, Wasser zu speichern. So, das habe ich nicht verstanden. Aber in Wirklichkeit ist es irgendwie so, dass das ADH dann verändert oder erhöht wird oder einfach dann mehr ist oder so und dann trotzdem ein bisschen feuert oder so etwas. Genau geschreckt habe ich das nicht, ehrlich gesagt. Da muss man mal einen Spezialisten mal fragen. Da will ich keine falschen Infos rausgeben. Aber dieses Medikament war mir bis vor Jahren noch unbekannt. Ich habe viele Medikamente ausprobiert, das war alles Müll. Das hat also nie irgendwie funktioniert. Ich habe sehr viel Zeit in Krankenhäusern und in irgendwelchen Wartezimmern verbracht, sodass ich mich entschieden habe, sozusagen ein Leben mit einfach mehr Wasser zu führen. Und das ist ja auch eine Entscheidung. Ich habe mir dann überlegt, okay, du hast jetzt eine genetische Krankheit. Krankheit ist eigentlich eine Abqualifizierung. Das ist jetzt einfach eine genetische Variante, so wie jemand eine große Nase hat oder vielleicht besonders schnell laufen kann, wenn ich halt eben durstig so und habe eben versucht, meine Umwelt an mich selbst anzupassen so ein bisschen. Und jetzt trinke ich eben weniger Wasser. Das hat einen ganz guten Effekt gehabt. Aber ausstellen kann man das nicht. Nein, man kann das nicht abstellen. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, muss man jetzt nicht in Mathematik gerade eine Eins haben, um wissen zu können, dass du, wenn man jetzt mal bei 24 Stunden 20 Liter ansetzt, sind es ungefähr ein Liter pro Stunde, wenn man das so will. Das heißt, du musst ja ganz viel an diesen Rhythmus anpassen. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber es ist jetzt so, und erklär es mir, weil ich es nicht weiß, bringt das was jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich trinke jetzt mal vier Liter vor und habe dann erstmal die nächsten vier Stunden Ruhe? Oder ist das ein fester Rhythmus, wo du vielleicht sagst, okay, ich muss jede Stunde eine gewisse Literanzahl oder Milliliteranzahl von Flüssigkeit zu dir nehmen? Kannst du das regulieren? Oder kommt das auch spontan, dass du das nicht planen kannst? Oder hast du mittlerweile über die Jahre für dich deinen Körper so trainiert, dass du das steuern kannst? Von allem etwas. Also das hat ja immer zu tun mit ganz vielen Umwelteinflüssen im Prinzip. Es ist warm, es ist kalt, es ist trocken so ein bisschen. Also der Rhythmus, nachdem ich immer so gelebt habe, war, dass ich so anderthalb Stunden gut klar kam. Und dann habe ich mir dann, ja, was zu trinken besorgt. Und das waren dann meist so anderthalb bis zwei Liter. Die habe ich dann meistens so auf X in mich hineingeschüttet. Manchmal dann eine Schüssel oder eine Flasche einfach oder so etwas. Und meistens habe ich aus dem Wasserhahn getrunken. Das heißt also beim Wasserhahn einfach Wasserhahn auf. Bielefeld hat gutes Trinkwasser natürlich. Und dann trinke ich da raus. Und witzigerweise haben die Leute das, weil ich mir dann angewöhnt habe, auch sehr schnell zu trinken. Oder so haben die Leute das teilweise gar nicht mitgekriegt. Also die haben dann geglaubt, ich befeuchte mir die Lippen oder so. In Wirklichkeit habe ich dann einen Liter Wasser getrunken oder zwei. Also ein bisschen. Und ich weiß nicht. Aber aus Spaß habe ich mir so rausgekriegt. Also ich konnte, oder kann ich jetzt auch noch, also ich kann so 0,1 mit einem Schluck runterkriegen. Ja genau. Wenn Glas 0,2 ist vielleicht nicht ganz voll, kriege ich das mit zwei Schlucke weg. Genau. Und der Geschwindigkeit, also man passt sich schon an an die Geschwindigkeit und die Masse. Das ist natürlich so, wenn man zwei Liter Wasser im Bauch hat, das sieht man. Ja, und ich habe mir gerade den Punkt aufgeschrieben, Marc, wenn du jetzt, also das kennt man ja von sich selbst, wenn man ganz viel trinkt, ist ja kein Platz mehr im Bauch. Das heißt, man hat ja auch dementsprechend auch keinen großartigen Hunger. Das heißt, es muss doch eigentlich logischerweise auch dein Essensplan irgendwie reduzieren. Also dass du gar nicht so viel essen kannst wie andere, oder? Hat das überhaupt keine Konsequenz? Essen interessiert mich auch nicht besonders, muss ich sagen. Also natürlich esse ich etwas so, aber es gibt auch Sachen, ich lecker finde oder so, aber so wie manche Leute das machen, dass sie sich dann mit Genuss dann so Salate irgendwie reinziehen oder so. Das ist also, das finde ich völlig profan. Das interessiert mich halt überhaupt nicht. Ich kann am Geschmack erkennen, aus welcher Leitung, ob im Badezimmer oder der Küche, das Leitungswasser kommt. Das ist etwas, was mich interessiert, aber ob da jetzt irgendwie, ne, und, nein. Also Essen hatte für mich immer was Funktionales, wenn gerade noch Platz ist. Es ist so, dass ich auch das jetzt noch, das Essen teilweise dann vergesse, weil mein Magen voll ist oder so etwas. Ich habe angewöhnt, so eine Mischform jetzt zu machen. Also ich esse zum Beispiel sehr gerne sehr viel Haferflocken, weil die halt schleimig und nass sind und das ist dann so die Kombilösung. Wo man es miteinander kombinieren kann, kann das doch gut. Gut, aber wir denken mal einen Schritt weiter, was das für Konsequenzen im Alltag hat. So alltägliche Sachen, die für mich oder für andere, die das jetzt gerade hören, alltäglich sind, mal spontan irgendwo hinfahren. Kurzurlaub, längerfristigen Urlaub. Ist das überhaupt für dich möglich? Kannst du das überhaupt machen? Also auf gut Deutsch, kannst du in Urlaub fahren? Ja und nein. Also man kann natürlich alles machen. Und es gibt auch die Leute im Rollstuhl, die dann meinen, dass sie den Mount Everest bestreigen müssen oder so etwas. Natürlich kann man mit einer gewissen Logistik irgendetwas machen. Man kann eigentlich auch alles machen mit einer gewissen Logistik. Ist ja immer die Frage, ob sich das dann noch lohnt. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich sag mal ganz, ganz, ganz blöd formuliert, wenn ich jetzt irgendwie einen Monat lang sozusagen arbeiten muss, um irgendwie drei Tage Erholung zu finden, dann lohnt sich das für mich einfach nicht. Und dann ist es eben so, dass diese Erholungsphasen, die Leute ja aus dem Urlaub ziehen, das funktioniert bei mir so auch nicht. Also, dass ich dann sage, okay, jetzt einmal der Akku voll sozusagen, und dann kannst du wieder ein Jahr arbeiten, das funktioniert für mich auch nicht. Also ist das erstmal wieder uninteressant. Große Urlaubsreisen habe ich immer ein bisschen vermieden. Dafür war ich natürlich auch immer sehr eingespannt beruflich und so. Ja, aber es ist logistisch aufwendig und möchte man das. Also ich habe mal eine dreitägige Wanderung mitgenommen. Teilgenommen, da waren zwölf Leute. Und dann hat jeder halt dann so zwei Flaschen Wasser für mich tragen müssen. Fand ich jetzt irgendwie ganz süß so. Aber irgendwie, allein das zu organisieren, in der Zeit hätte ich mir auch einen Film angucken können. Und ich wollte auch nicht die, ich meine, die sind ja nicht meine Wasserträger, die Leute. Ferien kann man auch in Ostfriesland verbringen. Also ich bin da halt sehr gerne. Oder in den Niederlanden im Prinzip. Dann ist auch der Urlaub aufgebraucht. Also ich muss jetzt nicht irgendwie und so. Und gerade diese touristischen Sachen, da ist man ja eh so ein bisschen genervt von. Also ich muss nicht zum Fischbrötchen essen gehen, sondern wenn man da eh Familie hat. Also Wandern interessiert mich total. Und ich war als Jugendlicher mit meinen Eltern sehr viel als Kontrastprogramm sozusagen zur norddeutschen Tiefebene. Dann in Österreich, so in den Bergen. Und das ist total geil. Also da kann man also wirklich alle zwei Meter aus irgendeinem Bach irgendwie das Wasser trinken. Und das Klima ist angenehm. Und die Leute sind freundlich. Und die Weite des Landes und so. Und nee, nee. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall nochmal nachhole. So Wanderurlaub. Wandern hat immer sehr gut gepasst. Also Rucksack auf und dann schön schwer. Das halt. Und ja. Sonst Urlaub auf dem Ponyhof bietet sich natürlich auch an. So. Und ja. Man hört ja auch gerade. Und das habe ich auch damals in der Vorrecherche auch gesagt. Du nimmst jetzt auch alles mit Humor. Oder vieles. Nicht alles. Aber vieles mit Humor. Das hört man ja auch von deinen Aussagen. Aber ich würde trotzdem gerne. Und vielleicht, wenn die Frage zu intim ist, Marc. Dann sagt das. Ich habe mir halt auch überlegt. In der Vorberatung auf das Gespräch heute. Tagsüber kann man ja schnell mal was trinken. Und das ist ja. Kann man das alles regulieren. Was ist denn nachts? Also ich kann mir doch vorstellen. Wenn ich jetzt tagsüber. Gut. Ich meine. Du gehst auch zwischendurch auf Toilette. Aber trotzdem. Also wenn ich das von mir aus kenne. Ich stehe auch meistens mal nachts auf. Und gehe mal auf Toilette. Aber bei dir muss das ja exorbitant hoch sein. Das heißt. Du musst doch seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Noch gar keine ruhige Nacht mehr gehabt haben. Oder? Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie durchgeschlafen. Und dann als ich diese 20 Liter Trinkmenge hatte. Ja. Dann habe ich vor dem Schlafen gehen eine Schüssel Wasser getrunken. Oder eine Schüssel Tee. Und dann habe ich mich halt hingelegt. Und dann konnte ich dann immer so am Stück anderthalb Stunden schlafen. Wie ein Hund. Und dann steht man halt auf geht. So Toilette. Das Schöne an diesem ganzen System ist, dass man halt irgendwann so eine grundsätzliche Müdigkeit und Erschöpfung mit sich führt. Dass man halt diese anderthalb Stunden dann auch sehr tief schläft. Und halt überall. So ein bisschen. Ich konnte dann auch zwischendurch in der Straßenbahn einfach mal wegnicken. Oder so etwas. Das ist jetzt nicht mehr so ein bisschen. Das hat mich ziemlich aufgekratzt. Muss ich sagen. Eine Zeit lang zumindest. Aber nee. Also man schläft dann anderthalb Stunden und dann steht man auf. Und das ist, wenn man, das kann es ja nachrechnen. Wenn du am Elf ins Bett gehst oder so, dann bist du halt drei, viermal die Nacht wach. Und jetzt nochmal vielleicht total blöd nachgefragt. Ich habe eine ganz doofe Frage von mir. So eine Art Katheter oder so Bettpfannen. Dass es einfach so rausläuft, dass man nicht unbedingt nachts raus muss. Gibt es das nicht? Oder wird das mal probiert? Solche Fantasien, die werden häufiger an mich herangetreten. Und also ein paar Sachen, die mir vorgeschlagen werden, die gehören eher so in die Fetischszene. Das kann man sich dann unter Erwachsenen. Nee, da kann man sich dann treffen. Und das dann mal ausprobieren. Aber das Problem ist, dass man A, die Menge nicht bewältigen kann. Dann ist das natürlich ein ziemlicher logistischer Aufwand. Und diese Sachen, die es so im Sanitätshaus gibt, sie kriegen das nicht mit zwei Liter. Also diese riesigen Mengen. Und dann ist natürlich auch, wenn man sich selber kontrolliert, würde man sich das mit dem Katheter dann auch so abtrainieren. Das heißt, man übt ja dann sozusagen, es laufen zu lassen. Und das ist genau das, was man nicht möchte eigentlich. Also von daher sind solche Sachen, also ich glaube, wenn es gar nicht mehr geht im Leben, dann würde man sich sozusagen drei Tage ins Krankenhaus legen. Und dann würde man sich einmal komplett versorgen lassen. Und dann wäre man wieder da im Prinzip. Solche Sachen, also ja, was macht man? Und zum Glück bin ich ja nur noch ein Mann. Wenn man dann irgendwie beim Zelturlaub ist oder so, dann ist das halt auch irgendwie egal. Marc, zum Schluss des Gesprächs. Wir haben eben gesagt, so einer von 250.000 Menschen ungefähr im Schnitt betrifft das Ganze. Wenn man das jetzt so hochrechnet, sind wir zwischen 320 und 450 Personen in Deutschland, die davon betroffen sind. Bist du in Kontakt mit anderen Betroffenen, beziehungsweise habt ihr so eine Art Austauschgruppe gegründet? Spricht man über die Sachen? Wie berätst du vielleicht jüngere Betroffene, die noch am Anfang dessen stehen, was du alle schon erlebt hast? Also quasi wie sieht denn deine Prävention und Aufklärungsarbeit aus? Also ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal jemand außerhalb meiner Familie mit diesem Krankheitsbild getroffen habe, das war so berührend. Also ich hatte richtig Gänsehaut und dann haben wir, glaube ich, beide erstmal eine Runde geweint. Und dann hatten wir uns nichts mehr zu sagen. Da war alles gesagt. Und das sind so Momente, die ich anderen Leuten auch ermöglichen möchte. Also weil das war das eben, wenn man so ein bisschen das hässliche Entlein ist. Also die Geschichte, wo die Ente sozusagen nicht weiß, dass sie ein Span ist und so. Und das ist besonders für Kinder ist das wichtig aus mehreren Gründen. Also da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber ja, es gibt Vernetzungstreffen, es gibt eine Facebook-Gruppe, wo eben Leute zusammenkommen. Und ich habe, also ich würde sagen, zweimal die Woche habe ich irgendwelche Anfragen von Leuten, die auch ähnliche Geschichten haben oder es irgendwo mal gesehen haben. Zweimal die Woche, würde ich sagen. Und dass ich also wirklich damit zu tun habe in Beratungsgesprächen oder in Austauschgesprächen oder so, würde ich sagen, ist vielleicht jeden zweiten Tag irgendwie ein, sagen wir mal, ein kleiner Vorgang. So eine Frage, zum Beispiel letztens war so eine Frage konkret in einer Gruppe bei uns, was man machen kann, weil das Kind kotzt. Also Kinder, die so anderthalb sind, da ist das Fassungsvermögen, da nicht und das ganze Wasser wird dann halt irgendwann wieder ausgespielen. Das passt nicht mehr in die Kinder rein, das kann man machen. Und da ist so halt die Lösung Wackelpudding. Ja, das bleibt drin. Und heute weiß man halt, dass diese Sachen funktionieren. Und ein Arzt würde natürlich nicht sagen, pumpen Sie Wackelpudding in das Kind. Es funktioniert. Und solche Sachen, die basieren halt tatsächlich auf Erfahrung. Und da ist eben dann ein Austausch zustande gekommen, ist immer so, wenn Leute dazukommen, dass ich sie dann einmal in die Gruppe einführe und dass sie sich dann aber selbstständig dann eben auch bemühen können, sozusagen, dass sie sich in diesen Netzwerken dann selbstständig bewegen können. Und vielleicht als kleinen Schlusssatz, es gibt alle acht bis zehn Wochen gibt es eine sogenannte Küchenkonferenz, wo eben Leute die Möglichkeit haben, die Diabetes in Submitus Rinalis haben, sich dazu zu schalten und dann eben im Austausch ihre Geschichte zu erzählen. Und für viele ist es das erste Mal, dass sie jemanden kennenlernt, der so ist wie sie selbst. Und das ist der absolute Wahnsinnsmoment. Das muss ich wirklich sagen. Und dann, so jetzt, jetzt habe ich meine Geschichte ja schon erzählt an der Stelle, aber für viele ist es auch das erste Mal, dass sie sich nicht erklären müssen mit etwas Merkwürdigen, sondern dass sie einfach ihre Geschichte erzählen und sie haben ein Gegenüber, das auch so ist und das kennt. Das ist einfach ein wahnsinniger Moment. Und manchmal ist es dann so, dass man dann einfach nur so da ist und manchmal berät man halt konkrete Sachen. Wie machst du denn das am besten? Weil natürlich die Impfung war natürlich ein großes Thema. Steckt man das weg oder nicht? Großes Orakel, ne? Und dann, ja, dann eben, also vielleicht so drei Themen, die so sind. Also die, wie kriegt man sozusagen Kinder groß? Das ist so eine Frage. Dann ein bisschen Sorgen machen mir Männer zwischen 40 und 50, weil die manchmal so ein bisschen durchs System fallen. Und dann die zweite oder dritte Gruppe sind eben ältere Leute, die auf Versorgung angewiesen sind. Und die so zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung sind oder so etwas, die vielleicht auch dement sind oder so etwas. Lebenserwartung steigt, sowas. Also da muss man dann eben auch gucken, wie man dann, wenn meine Oma, wenn sie noch leben würde, im Prinzip, wie sie dann gut versorgt hätte werden können. Und das stelle ich mir auch gerade vor, dass das ja wirklich extrem ist. Gerade im Alter wird es ja auch schwer, wenn man sie selbst nicht mehr versorgen kann, weil man aus familiären Gründen keine Möglichkeit hat, dass das aufrechterhalten werden kann. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor. Also Themen sind einmal, das ist natürlich, weil das eine genetische Krankheit ist, dass sie so irgendwie rote Haare haben zum Beispiel. Habe ich auch, deswegen nehme ich das Beispiel, also so ein bisschen so im Bad. Das eine ist halt radikale Akzeptanz, dann eben sozusagen Veränderung der Umweltbedingungen, dass man sich das eben ein bisschen macht. Und ein Austausch gehört dazu. Das ist wichtig, dass man eben sich austauscht mit Menschen, dass man auch das Thema verlässt. Wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, wird man nämlich blöd. So, dann muss man auch was anderes machen. Bei mir ist das der Reitsport, ich mag gerne Pferde. Und ja, das ist so ein bisschen das Ding. Und man muss auch einfach, vielleicht das auch Schlusssatz, also man muss irgendwo aufhören zu glauben, dass man das irgendwie wegbeten oder wegmedikamentieren kann oder so etwas. Das ist so, wie es ist und man muss halt irgendeinen Umgang damit finden. Ein schöner Schlusssatz von dir, Marc. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge machen wir nochmal ein paar Kontaktdaten rein. Das heißt, falls Betroffene oder Familienangehörigen noch Fragen haben, dass sie schnell den Kontakt zu dir finden, dass es sehr unkompliziert wird. Ich danke dir, dass du heute zu Gast warst und heute so ein bisschen aufgeklärt hast. Es war sehr interessant und spannend zugleich und danke, dass du da warst. Sehr gerne. Mehr Informationen zu meinem heutigen Gast findest du, wie gesagt, auch in den Shownotes, also der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge. Klicke dich einfach gerne mal rein. Da habe ich dir ein paar Links reingesetzt. Da kannst du mit Marc quasi in Kontakt treten bzw. dich über seine Homepage und Instagram-Account nochmal informieren. Vielen Dank, dass du interessiert zugehört hast. Wenn du diese Folge kommentieren willst, kannst du das gerne in allen Social-Media-Kanälen machen. Facebook, Twitter, Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail an b-redet-at-gmx.de oder auch eine Sprachnachricht, eine WhatsApp-Nachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch in dieser Podcast-Folgenbeschreibung. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.